Ja meine Freunde, erstmal wunderschön, dass ihr wieder eingestellt habt zum neuen neuen Video hier auf diesem Kanal. Zum einen hat Balotouré Werder zugesagt und zum anderen stellen wir uns die Frage, was ist jetzt mit Tignitian? Kommt der denn auch? Und dieses Auch ist ja auch so ein bisschen noch mit einem Fragezeichen, denn auch bei Balotouré muss man natürlich noch mit AC Milan verhandeln, wobei es auch da gut aussehen soll. Wir fassen gleich mal alles zusammen und dann sprechen wir darüber, ob eventuell sogar beide jetzt kommen könnten und eventuell könnte das Ganze ja jetzt auch schnell gehen, also im Sinne schnell von dieser Woche auf jeden Fall mal noch. Vor dem Pokalspiel mindestens ein Transfer einzutüten, das wäre auf jeden Fall schon mal eine gute Sache, aber auch eine notwendige Sache, wenn man mal ehrlich ist auf den Außertag der Positionen. Ihr könnt natürlich sehr, sehr gerne direkt zu Beginn des Videos hier einmal ein Däumsch da oben da lassen und ein Abo da lassen. Ihr seht, wir sind kurz vor der 21.300 jetzt schon, unsere Wege gehen hier weiter. Und dann fangen wir erstmal direkt an mit Balotouré und der hat Werder wohl jetzt zugesagt. Ihr könnt mir ja jetzt schon mal unten reinschreiben, wer wäre euch denn lieber, wenn man sich entscheiden müsste, Balotouré oder Tignitian, wo ja der Chef von Locke-Moscou bestätigt hatte, dass Werder aktuell mit Tignitian auch am Verhandeln ist, beziehungsweise mit dem Verein am Verhandeln ist, was schon mal heißt grundsätzlich, dass der Spieler Lust hätte zu Werder zu kommen, sonst würde man da gar nicht verhandeln. So, und das Gleiche gilt jetzt auch für Balotouré. Der hier, also wie gesagt, hier in dem Artikel steht es auch nochmal, Balotouré sagt Werder zu. Die Gazetta dello Sport hat darüber berichtet gehabt, dass Balotouré Werder zugesagt haben soll. Auch, jetzt weiß ich nicht mehr, wie er glaube ich genau hieß, Franco Di Marzio oder so, irgendwie so. Der Transfer-Experte aus Italien hatte ja ebenfalls gesagt, dass Werder und Balotouré, beziehungsweise Milan sich annähert und dass das Ganze da gut aussieht. Das ist auch schon ein paar Stunden mehr zurück. Ich glaube, gestern hat er es sogar gesagt. Ja, und jetzt hier, der AC Mailand hofft auf eine Ablösesumme von 4 Millionen Werder. Hat wohl ein offizielles Angebot gemacht, das soll aber Richtung 3 Millionen liegen. Den Artikel werde ich natürlich auch mal, Entschuldigung, auch mal unten verlinken. Und jetzt gucken wir uns Balotouré nochmal genauer an. Und dann auch im Vergleich zu Teknizian. Also erstmal, wie gesagt, müssen wir uns natürlich die Frage stellen, wenn nur einer von beiden kommen kann, wen würdet ihr holen? Und macht es überhaupt Sinn, beide zu holen? Jetzt müssen wir dazu sagen, ja, beide sind vorzugsweise linksverteidiger, beziehungsweise linke Schienenspieler. Allerdings ist Teknizian technisch zumindest mal von dem, was man bis jetzt so weiß, der wirklich ein sehr, sehr starker Spieler, der auf vielen, vielen Positionen schon eingesetzt worden ist und auch auf vielen Positionen eingesetzt werden kann. Auch zum Beispiel über die rechte Seite, was wir jetzt bei Balotouré noch nicht zwangsweise wissen, ob er auch auf der rechten Seite spielen kann. Daher müssten wir da ein großes Fragezeichen erstmal machen. Auch wenn man sich das Ganze hier mal anguckt. Balotouré, 26 Jahre jung, bestes Fußballeralter, alles super, 3,5 Millionen Marktwert. Er hat Nationalität, Senegal, hat auch für die senegalische Nationalmannschaft 15 Partien gemacht. 1,82 groß und linker Verteidiger LM und hat mal ein Spiel in der Innenverteidigung gemacht, deswegen steht das hier auch als Innenverteidiger, aber ihr seht linker Schienenspieler. Linker Verteidiger, 129 Partien, 2 Tore und 9 Vorlagen und im linken Mittelfeld 8 Sympathien, 3 Vorlagen. Ob er jetzt auch Schiene kann, also er soll wohl zumindest auch Schiene können. Das wäre auch ziemlich kurios, wenn man ihn jetzt holen würde und er gar nicht Schiene kann. Dabei spielen wir in der Fünferkette, also Dreierkette mit einem Schienenspieler. Das wäre schon ziemlich bescheuert, aber da kann man mal auf Werder vertrauen, dass das Scouting auch darauf hinausläuft, dass Balotouré ein Schienenspieler ist. Aber wie gesagt, auch hier hat er ja zumindest mal 18 Spiele auch hier gemacht. Also man kann davon ausgehen, dass er hier diese Schiene auch beackern kann. In der vergangenen Saison kam er auf 10 Einsätze in der Serie A und ein Tor, 4 Champions-League-Partien und das war's, also in Anführungszeichen das war's. Jemand, der Champions League gespielt hat, ist natürlich trotz dessen auch wieder qualitativ so, dass du sagst, ey, eigentlich Werder da eher weniger Chancen. Aber ihr seht ja die Einsatzzeit insgesamt 132 Minuten in 4 Partien in der Champions League und 518 Minuten in 10 Partien. Das ist natürlich für ihn einfach auch zu wenig. Er möchte mehr spielen, er hatte seine beste Zeit bei Monaco gehabt, kam damals von Paris und hat in der Ligue 1 108 Partien gemacht, 9 Tore in der Serie A, jetzt insgesamt 20 Partien, 1 Tor. Bei dem Wechsel damals zum AC Milan wollte er eigentlich den nächsten Schritt gehen. Jetzt ist es so ein Stück weit ein kleiner Rückschritt. Wir können auch hier nochmal auf die Verletzungshistorie gucken und da sehen wir Schultergelenkssprengung, 6 Partien gefehlt, 1 Monat ausgefallen in der letzten Saison. Davor, die Saison ist er 1, 2, 3, 4 Mal ausgefallen, aber immer mit kleineren Verletzungen, einmal mit Corona. Und in der Saison 2021, da hat er mal 5 Partien verpasst mit dem Mittelfußbruch, aber nie irgendwelche größeren muskulären Probleme, wie wir hier sehen. Einmal Adduktorenbeschwerden, da ist er ein Spiel ausgefallen. Also das ist wirklich überschaubar. Das ist jetzt keine riesen Krankenaktie oder sonst was. Ja, Baloturi, glaube ich, für viele ein interessanter Spieler, dass er eine größte Qualität hat. Das zeigt auch dieser Wechsel eben zum AC Milan. Die hätten ihn ja auch nicht einfach ohne Grund geholt. Hat er ja auch schon unter Beweis gestellt. Und auch Bologna, Nizza waren interessiert, aber auch Fulham und viele mehr, die jetzt hier gar nicht stehen oder sollen wohl interessiert gewesen sein. Am Ende wird Werder wohl das Ding machen. Jetzt ist die Frage, kommt auch er hier? Ein Technizian, der ja wirklich sehr, sehr flexibel einsetzbar ist, wenn man sich das hier mal anguckt. Also komplette linke Schiene und auch komplette rechte Schiene hat er schon gespielt. Im offensiven Mittelfeld hat er ebenfalls sogar elf Spiele schon gemacht, weil er eben technisch so gut ist und auch ein wirklich gutes Auge für den Mitspieler hat. Das heißt, grundsätzlich könnte es natürlich zum Beispiel auch sein, dass man sagt, ey, Jung ist festgeplant als linker Innenverteidiger Backup. Und jetzt auch im Pokalspiel kann Jung schon linker Innenverteidiger spielen, solange Marco Friedl ausgefallen ist. Und als Linksverteidiger holen wir eben Balotouren, wollen aber auch Tignizian, damit diese beiden eben sich sozusagen im Duell stellen werden. Zumal Tignizian auch auf der rechten Seite aushelfen könnte, wenn jetzt zum Beispiel im Pokalspiel Weiser eben noch nicht ganz fit wird und auch Agu logischerweise deutlich fit ist. Und wer weiß auch, wann er fit ist, dann könnte Tignizian auf der rechten Seite spielen und Balotouren links. Das wäre zumindest mal ein Gedankenkarussell. Ja, Hauptposition sind beide linker Innenverteidiger, aber da muss man ja auch sagen, wenn Agu und Weiser wieder fit sind, hast du die rechte Seite dann doppelt besetzt und links auch doppelt besetzt mit Balotouren und Tignizian. Und Jung spielst du dann eben als linker Innenverteidiger, der immer noch, wenn es hart auf hart ist, auch auf die Linksverteidiger-Position gehen könnte. Rein theoretisch gesehen zumindest mal alles oder alles jetzt mal hypothetisch gesehen. Die Frage ist, ob das natürlich zum einen finanziell machbar ist und zum anderen, ey, was ist da heute los? Ich will nicht spüren dir. Und zum anderen, ob Werder das auch so möchte oder man eben wirklich einen reinen rechten Seite ja bergab noch holt und dann mit Jung und Balotouren zum Beispiel plant. Es ist aber zumindest nicht unausgeschlossen, dass man vielleicht sogar auch beide holen möchte. Wie gesagt, der Moskau-Chef hat ja vorgestern, war es gestern? Vorgestern erst die Verhandlungen mit Werder bestätigt gehabt über Tignizian, dass man sich aber über eine Ablöse noch nicht einig ist. Was, wie gesagt, grundsätzlich eigentlich immer heißt, dass man vom Spieler eine grundsätzliche Zusage bekommen hat, dass er gerne zu Werder wollen würde. Sonst hätte man gar nicht erst verhandelt. Das ist auch auf der Parallelseite wie mit Niklas Schmid, der ja auch eben erst mal sein Go geben musste, damit erst mal überhaupt Toulouse und Werder reden konnten. Und dann geht es eben ins Eingemachte. Das Gleiche gilt auch für Tignizian. Bei Balotouren ist, wie gesagt, diese Sache jetzt schon was fortgeschrittener. Wohl, weil man eben auch bei der Ablöse nicht weit auseinander legt, Werder bietet wohl drei, Milan will wohl vier Millionen. Hört sich alles schon mal besser an, als, erinnert ihr euch noch an den Bericht, vor, ich glaube, einem Monat, na, zwei, drei Wochen eher, wo dann auch stand, dass wir über fünf Millionen bieten, plus Bonuszahlungen. Das war für mich schon so, wo ich dachte, boah, da weiß ich gar nicht, ob ich Balotouren noch will, Alter. Fünf Millionen plus, finde ich schon hart. Ist natürlich doch hart formuliert, ob ich den ja noch will. Ich meine, wir brauchen einen Außerteidiger und Balotouren bringt einiges mit. Aber auch Tignizia sieht eben nicht uninteressant aus und da ist man ja eben auch dran. Deswegen gerne jetzt mal eure Meinung zu beiden Spielern unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu sagen habt. Gerne nochmal ein Abo da lassen. Dölbst nach oben. Und eine Sache ist ganz wichtig, Freunde. Wenn ihr abonniert, dann steht neben den Abonnenten so eine Glocke. Drückt da mal drauf und macht alle Benachrichtigungen an. YouTube hat, wenn du abonnierst, nicht automatisch alle Benachrichtigungen an. Das heißt, ihr kriegt nicht zu jedem Video eine Benachrichtigung. Deswegen immer die Glocke überprüfen, ob ihr die anhabt, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Jetzt bin ich raus. Euer Nico und ciao. Ciao.